Die heutige Folge beschäftigt sich mit einer Frage aus dem Bereich des gewerblichen Adresshandels, nämlich welche Sorgfaltspflichten den Käufer von Adressdaten treffen. Der Bereich des gewerblichen Adresshandels ist, unter rein juristischen Gesichtspunkten, noch ein relativ junger Bereich. So verwundert es nicht, dass hierzu bislang kaum Gerichtsentscheidungen vorliegen, geschweige denn eine höchstrichterliche Rechtsprechung existiert. Gehen wir zur Verdeutlichung unseres heutigen Themas von nachfolgendem Beispiel aus. Das deutsche Unternehmen A kauft von dem Unternehmen B, das in der Schweiz sitzt, 10.000 Adressdaten. A will diese Daten nutzen, um für sein neues Produkt zu werben. A lässt sich hierzu schriftlich von B versichern, dass sämtliche Adressdaten über ein wirksames Opt-in verfügen. Nachdem A nun die 10.000 Adressen per E-Mail angeschrieben hat, hagelt es Abmahnungen wegen unerlaubten Spams. Schnell stellt sich heraus, dass die Zusicherung von B keinen Pfifferling wert ist. Keine der Adressen verfügt in Wahrheit über ein wirksames Opt-in. A fühlt sich von B betrogen. Kann A die Abmahner nun einfach an B verweisen, weil er doch selbst betrogen wurde? Oder haftet er im Außenverhältnis und kann sich den entstandenen Schaden nur als Regress wiederholen? Bislang gibt es hierzu, soweit ersichtlich, lediglich zwei Gerichtsentscheidungen. So haben sich einmal das Amtsgericht Düsseldorf und einmal das Landgericht Traunstein zu diesem Komplex geäußert. Beide Gerichte bejahen eine Außenhaftung des A. Schauen wir uns zunächst die amtsgerichtliche Entscheidung aus Düsseldorf aus dem Jahre 2006 an. Das Gericht bejaht, ohne wirkliche Differenzierung, die volle Haftung des A im Außenverhältnis. Das heißt, die angeschriebenen Kunden können A problemlos auf Unterlassung und auf Ersatz der entstandenen Abmahnkosten in Anspruch nehmen. Nach Meinung des Düsseldorfer Richters handelt A bereits dadurch fahrlässig, dass er sich auf die bloße Zusage von B, die Adressen verfügten über ein taugliches Opt-in, verlassen hat. A hätte vielmehr nachprüfen müssen, ob die Zusage auch zutreffend ist. Vollkommen unerörtert lässt das Gericht hingegen, wie A diese Zusage hätte nachprüfen sollen. Ob er zum Beispiel verpflichtet gewesen wäre, sich von B ausführlich erläutern zu lassen, wie die Opt-ins eingeholt wurden. Welche konkreten Einwilligungstexte verwendet wurden. Oder ob es ausgereicht hätte, wenn A lediglich ein paar Stichproben gemacht hätte. Und wie hätten diese Stichproben aussehen sollen? Vielleicht eine kurze E-Mail mit der Frage, hallo, haben Sie wirklich ein Opt-in erteilt? Was mag dann wohl als Antwort kommen, hm? Die amtsgerichtliche Entscheidung hinterlässt also viele offene Fragen. Ein wenig weiter hilft dagegen das Urteil des Landgerichts Traunstein aus dem Mai 2008. Auch dort entschieden die Richter, dass der Käufer von Adressdaten sich nicht auf die Zusicherung des Verkäufers verlassen darf, dass sämtliche Daten rechtlich einwandfrei sind. Vielmehr treffe den Käufer eine eigene Prüf- und Kontrollpflicht. Eine solche Pflicht bestehe insbesondere dann, wenn der Kaufpreis erheblich sei und der Verkäufer außerhalb des Anwendungsbereichs des deutschen Datenschutzrechts seinen Sitz habe. Hinsichtlich des Umfangs der Nachprüfung verlangt das Gericht, dass der Käufer sich die Opt-in-Erklärungen hätte vorlegen lassen und eigenständig hätte überprüfen müssen. Übertragen auf unser Beispiel bedeutet dies, A haftet in vollem Umfang im Außenverhältnis, da er die Opt-in-Zusicherung hätte kontrollieren müssen. Besonders tragisch ist eine solche Haftung insbesondere dann, wenn A bereits einmal in der Vergangenheit eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgeben musste. Dann besteht die erhebliche Gefahr, im Wiederholungsfalle eine saftige Vertragsstrafe von 5000 Euro pro Fall bezahlen zu müssen. Da hilft es dann auch nicht wirklich, dass A bei B Regress nehmen kann, zumal wenn B im Ausland sitzt und dadurch eine Schadensersatzforderung nur sehr schwer durchsetzbar ist. Frau Richterin, was bedeutet diese Rechtslage nun für alle Unternehmen, die Adressdaten kaufen, sei es nun für eigene Zwecke oder um diese weiter zu verkaufen? Unabhängig von der rechtlichen Ausgestaltung steht man immer mit einem Bein in der Haftung. Insofern ist auf die seriöse Auswahl des Geschäftspartners allergrößten Wert zu legen. Angebote bei Ebay für 500 Euro, eine Million Adressdaten mit angeblich wirksamen Opt-ins zu erhalten, sollten allenfalls ein müdes Lächeln auslösen, aber keinesfalls einen Klick auf den Kaufen-Button. Will man im Falle einer rechtlichen Auseinandersetzung nicht vollkommen nackt dastehen, wird dem Adresskäufer nichts anderes übrig bleiben, als sich stichprobenartig die einzelnen Einwilligungstexte näher anzuschauen. In der Praxis dürfte ein solcher Wunsch des Käufers aus zwei Gründen aber problematisch sein. Zum einen werden viele Adressverkäufer aus Gründen des Geschäftsgeheimnisses die Einsicht verweigern. Zum anderen dürfte sich gerade bei großen Adressdatenmengen im sechs- oder siebenstelligen Bereich der Aufwand in kaum noch vertretbarem Rahmen bewegen.